Hallo und Willkommen zurück. Wir sind ja immer noch in den schönen Dungeon. Ich weiß, dass es mich hier immer noch anfällt. Und verbrannt Schika, das ist sehr schön. Gute Markeschaft. So, machen wir das auch. Eigentlich müsste ich ja mal hier bauen. Einmal noch abstehen. So. Jetzt bekomme ich mich um diese Spinne hier. Ja, musste ich leider immer hohen lassen. Mal hier ein bisschen. Alter. Hä. Okay, das war ein besonderer Zumias rein. Ach, die kleinen, die haste ich mit dir fest. Oh nein. So, okay. Alter. Alter. Ja, die ist bestöhnen wir jetzt mal wieder. Alter. Oh nein. Warumst du denn? Hallo? dass das erst mal ein bisschen für sicherheit sorgen alter ist aber gut hier meine fahrzei nah das so da ruhe Achter! Die sind hier. Meine Güte! Es gibt hier! Ich werde, ich werde, ich werde! Ich werde, ich werde! Bäh! Komm, hier, schießt. Ach, scheiße. Ich dachte, er tötet den Creeper, aber nein. Da muss ich den weg, du schießt noch nicht. Ach, ich bin in Ruhe zum Abdaun, nein, 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 das ist aber auch schlimm. Hier ist nur noch eine Creeper, ich weiß gar nicht, wie das geht hier. Meine Rüstung, nein, ich will jetzt mal raus, das ging jetzt mal gerade so ok. Okay. 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 Ja, überall. vorne ausmachen ja, das ist irgendwie Ausleuchtung ja, ja, ich hab das gesehen das ist nicht genau einer spawnt dann könnte die auch kaputt hauen aber ich glaube das muss ich auch machen, ich hab so viel Schrappen verschwendet Endstone den lass ich aber mal jetzt vorne sind wir wieder wir müssen ja, ich hab für uns das haben wir mit externen das haben wir jetzt erstmal gemacht das ist 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 was brauchen wir denn Okay, bauen wir wieder Unseren eigenen So, geht's wieder schön ab So, geht's weiter Oua! We need to start to come down here Okay nein doch jetzt nicht das ist doch ich hab noch nie ich hab noch nie ich hab noch nie nein das ist doch mal gut muss doch ob habe Uh, hier spielten alle Statt Meine Fresse, ey. Ich kann das vorne zerstören. Boah, überall hört man nicht zerstören. Komm mal! Wo? Oh. Dreck. Hmm. Oh. 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 weg das kommt ja auch noch von da lasst mich doch in ruhe oh oh ja das ja ja Ich habe einen Knopf. Ich habe einen Knopf, ein Knopf. Ich habe einen Knopf. Cool, ich habe einen Knopf. ich habe nicht dieses langen led muss dann mal schluss sein das Ach, das... Wenn ich schiebt was ein... Jetzt nehmen wir doch noch was an. Ach, okay, dann... Ich will, da gibt dann noch mehr weg. Ah, wo kommst du denn her? Yeah, ich lieb das Honigschild, ey. Wir müssen es nicht mal in Vorstand haben schon. Mist. Au. Merk mal den von vorne in die Luft, danke. Dreckssicher. Überall. Geht's weg. Macht doch keiner. Na, die Horus Arma los geht aber auch hier. Alter! Geht's weg. Gibt's doch nicht. Hör auf. Geht doch weg, Felgestung. Geht's weg. Geht's weg. Geht's weg. Geht's weg. Geht. 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 Geht's weg. Beheht's weg. Geht's weg. Geht's weg, da geht's Caytari. Ah ha. weg mit dir kann man hier alles haben wollen vorerst der Blauling ist wohl irgendwie weg ach hallo Alter wie viel Sehnspumpel da ist ein leichter Abstieg Alter mach doch auf hier so bisschen Licht in hier Alter jetzt reicht das langsam ich hab's doch kapiert noch mehr Licht reicht aber echt langsam nicht dann wo kommst du her ich schwert aber echt bald kaputt wieso ich hab' wieso ich gar nicht an mir sehen konnte wie kann man gar nicht ausleuchten wie hier die Fliecher spawnen ja ich hab's gewusst ja ich hab's gewusst das ist auch noch wo müssen wir auch noch ne ich hab's gewusst 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 Weißt du was? Ich lasse dich wieder. Wir haben bestimmt noch einen Schwert mit mir. Dann müssen wir nach oben drücken, Leute. Ob ich jetzt den Weg nach oben finden würde. Genau. Da. Genau. Oh, guck mal da. Ein Silberskelett. Wäsche. Eine neue Form von uns. Wo ist der Aufstieg? Ja. Mensch, Aufstieg. Ach so, Labyrinthe. Da. Ja. 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 Da. Da. Da sind die Leute nach oben. Da ist ein bisschen der Creeper. Ich habe ihn gesehen. Ah, hier ist der fette Ausgang. Es ist dunkel. Wat? Alter Schwede, was geht hier ab? Was hat das Pferdchen abgeschmissen? Alter, im Wasser ging... Das letzte Scheiß. Was ist das Pferdchen abgeschmissen? Weißt du was, du kannst mich mal langsam. Meine Fresse, endlich! Boah ey, das ist echt zum Kotzen. Okay. Tschüss. Das ist nervig. Eine Skelette aber immer, oder was ist da dran? Ja, wahrscheinlich kommt so zwei, aber dann noch ein Schleim dazu und was weiß ich was. Ne, lass mal. Da lege ich mich lieber schlafen. Damit die Scheißfigale wieder brennen können. Na außer dir. Geht wirklich so. Da. Da. Das ist halt ein eigenes Schneid. Ich bin ja gar nicht. Ach, können die sich im hohen Gras verstecken? Oder sind die da noch unter dem Raum? Ja. Ja, dann bist du nicht so gut. Ja, dann bist du nicht so gut. Okay. Und wieder was gefuttert. Na, wie geht's uns? Ja. Ja, ein bisschen. Dann haben wir das schon. Na. Geht jetzt mal aus Kotzen. Ich bin dort noch ein Stück eingesammelt. Art of Undead. Okay. Dann werden wir da noch rein. Ja, aber unsere Ausbeute war nicht besonders groß. Muss ich sagen. Eine Wettstorms war, aber wenig. Witzliches. Verrotten kann ich auch noch anpflanzen. Wenn, wenn. Die Kanten Böe, ne? Was soll ich damit? Schau mal, die kann man doch irgendwie... Ja, so. Oder muss man dafür? Ne, jetzt gehen wir kurz. So, mach ich halt. So, halt die Teilenbogen. Ah. Beide Sachen. Und das kommt bei Soundkraft rein. Genau. Brauchen wir mal das Lowledge-Ding. Und dann... Lassen wir immer schnell die Karotten ein. Schon eine halbe Stunde, oh je. Na gut. Dann mach ich jetzt wieder Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.